Hallo, Leute, ich bin Jan Wiltsch. Ich bin hier um zu euch zu sagen, du kannst länger leben und fitter bleiben, indem du Vierstandsdrehen machst mit deiner Fleischdiät. Und ich sage, ich weiß warum Fleischdiät, weil das sind alle Vitaminen und Mineralien in Fleisch, Fleischprodukte und Minosäure, die neun essentielle Minosäure, was deine Körper natürlich braucht, diese Minosäure. Und das kannst du. Und wenn du mal guckst, ja, ja, ich bin wieder barfuß, kannst du das sehen? Ich bin barfuß. Ich bin barfuß, ja. Barfuß auf dieser alten Erde, um die Kraft der Erde einzusaugen. Ja, genau. Und wenn du ein Mann sein willst und du willst nicht ein beschwerdender Motzkuh sein, dann trainiere und trainiere jeden Tag und esse Fleisch jeden Tag. Was die Veganer zu dir sagen, die, es entbeht jede wissenschaftliche Studien, dass, wenn du nur pflanzlich isst, dann lebst du länger. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben am Anfang eine Lüge ausgedacht, um das vorzuzermürben, ja, Kleine zu machen. Du ziehst an diese Bände. Du ziehst an diese Bände. Du ziehst an diese Bände. Bis du nicht tanzt. Bis du nicht tanzt. Bis du nicht tanzt und singst daran. Und du siehst, was passiert mit dir. Und dann muss man auf den Kräften und Städte. Oh, wird immer besser, wenn du es machst. Ich habe auch diese Bände um meine Knie. Oberhaupt meine Knie. Und genau das mache ich. Und ich sage euch, ich will so ein Mann sein, mach Widerstandstraining. Mach das. Mach Widerstandstraining. Und so kannst du deinen Muskel aufbauen. Aber vergesse dein Eiweiß nicht, dein Protein, dein tierisches Protein. Vergiss das nicht. Und genau das ist es. Bei deinem Skelettmuskel ist das alles. Das ist armum. Du musst es immer aufbauen, wenn sonst zerfällt es. Und dann bist du schwarz. Und dann hast du eine schwache Stimme. Das will es doch nicht sein. Du willst dich schwach sein, ne? Also, mach das. Mach das. Mach das. Mach das. Bis nach Hause. Bis später wieder.